Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit der App Google Earth die Funktion Street View verwenden kannst, um dich so in vielen Orten auf der Welt auf dem Straßenlevel umzuschauen. Als erstes starten wir die App Google Earth und wir nehmen jetzt mal an, dass wir uns zum Beispiel ein bisschen in London umschauen wollen. Links oben ist ein Suchbutton. Wenn ich da drauf tippe, habe ich hier schon mal die Suche nach London eingegeben, drücke Enter und dann bringt mich die App hier nach London. Mit zwei Fingern, wenn ich sie auseinanderziehe, kann ich näher heranzoomen, um hier zum Beispiel die Straßen zu sehen. Jetzt gibt es hier rechts unten ein kleines Icon mit einem Männchen. Wenn ich das antippe, werden manche Straßen blau. Das sind die Straßen, auf denen Google Street View verfügbar ist. Dort kann ich also die Straße entlang gehen oder fahren. Ich muss dazu jetzt nur eine dieser blauen Straßen antippen und fliege auf das Straßenniveau. Jetzt kann ich mit einem Finger den Ausschnitt bewegen, um mich also umzuschauen. Hoch und runter kann ich auch ein bisschen. Dann kann ich zum Beispiel die Häuser ganz sehen. Und du siehst jetzt hier zwei Pfeile. Wenn ich die antippe, kann ich mich bewegen. Oder ich kann auch einfach irgendwo doppeltippen. Dann bewege ich mich an die Stelle, wo ich doppelt getippt habe. Ich kann jetzt also auch wieder mit einem Finger drehen, um zum Beispiel die gegenüberliegende Straße zu sehen. Oder auch zurück. Doppeltipp nach da hinten. Bewegt sich nach da hinten. Gehen wir mal hier entlang. Wenn es nicht weiter geht, dann ist das Street View Auto, das diese Kamera auf dem Dach hat und diese Bilder gemacht hat, dort nicht lang gefahren. Es ist also nicht überall möglich lang zu gehen, sondern nur dort, wo das Street View Auto hingefahren ist. Hier drüben zum Beispiel. Ah, jetzt geht es doch. Also manchmal muss man ein bisschen rumspielen und gucken, ob das geht oder nicht. Denn nicht jede Straße ist auf diese Art erschlossen. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel eine Baustelle. Hier rechts unten ist ein Kompass. Der zeigt jetzt ein bisschen schräg nach drüben. Und wenn ich ihn einmal antippe, dann dreht er sich so, dass ich nach Norden gucke. Das kann manchmal sinnvoll sein, um ein bisschen Orientierung zu kriegen. Außerdem sehe ich links oben die Adresse, wo ich gerade bin. Wenn ich also wieder raus möchte aus dieser Adresse, um den Überblick zu kriegen, tippe ich einmal hier nach links. Und bin dann wieder in der Senkrechtansicht, um zum Beispiel zu einem anderen Ort in der Stadt zu kommen. Hier ist zum Beispiel ein schöner grüner Platz. Dann zoome ich da mal ran und tippe hier hin. Und dann bringt mich hier der Ausschnitt in diesen Park hinein. Und ich kann mich also hier umschauen. Ich gehe wieder zurück. Bewege mich also mit einem Finger wieder durch den Ausschnitt. Mit zwei Fingern auseinander kann ich ran zoomen. Mit zwei Fingern zusammen kann ich weg zoomen. und sehe so all die Möglichkeiten, wie ich mich mit Street View umschauen kann. Viel Spaß beim Erkunden und bis zum nächsten Mal.